Was bleibt heute herzlich willkommen auf 999Z, lasst geilen Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video, auf geht's! Ich kann alle anderen erzählen, dass sie einen Profi-Vertrag haben, aber wie gesagt, nur einer ist es am Ende des Tages. Ihr kennt das Format, gefeiert ist und jetzt kommen wir direkt erstmal zur Jury-Vorstellung. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, die ja Fußball-Influencer, Spiele auch von Delay Sports, aber jetzt neben mir Torwart-Expertise ohne Ende. Hallo, ich heiße Benjamin Lowentz, bin Inhaber der Elite-Goalkeeper-Akademie in Köln und Spielerberater spezialisiert für Torhüter. Freunde, was geht ab? Ich bin Felix, einige werden mich vielleicht von Prinz Sportlich kennen. In meinem früheren Leben war ich selber Torhüter, habe sechs Jahre im NRZ bei VfL Bochum gespielt, A-Jung, B-Jung Bundesliga, paar Regionalliga-Spiele und heute bin ich nebenbei immer noch Torwart-Trainer. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Bora Emre Dogan, ich bin immer noch 37 Jahre alt, bin Cheftrainer beim MSV Duisburg U15 und ich freue mich heute bei diesem... Hä, woher kenne ich den? War das schon mal in der Jury? ... bei dieser speziellen Folge dabei zu sein mit den Torhütern. Ich bin heute dabei, weil auch am Ende der Chef-Trainer entscheidet, wer zwischen den Pfosten steht. Man holt sich natürlich die Ideen vom Torwart-Trainer, aber am Ende entscheiden wir, deswegen freue ich mich einfach drauf. Freunde, ihr habt ja schon gehört, hier neben mir echt von Torwart-Expertise ohne Ende. Ein NLZ, also Bochum hast du erzählt, das ist schon Wahnsinn, wo du überall warst. Eigene Torwart-Academy, Spielerberater in dem Bereich. Also wenn dir heute einer gefällt, kann passieren, dass du ihn mitnimmst, oder was? 100% Verträge sind schon dabei. Hat er schon mit eingepackt, besser geht nicht. Heute haben wir aber auch einen ganz besonderen Mann noch mit an meiner Seite, den stelle ich euch jetzt noch mal vor. So Freunde, Sebastian ist jetzt neben mir und er kann am besten noch eben erzählen, was er heute hier vorhat. Ja, hallo erstmal, ich bin Sebastian Brune, bin 29 Jahre alt und habe auch selber früher aktiv Fußball gespielt, bin mittlerweile Personal Trainer. War unter anderem in Bochum, bei RB Leipzig, Mannheim, Offenbach und Viktoria Berlin. Ja und heute werde ich, oder darf ich, die Torhüter durch das Training begleiten und ich freue mich drauf. Ich hoffe, die Jungs machen uns so schwer wie möglich. Ein absoluter Macher in seinem Bereich. Ich freue mich, danke erstmal, dass du da bist. Sehr gerne. Wird auf jeden Fall cool. Jetzt haben wir sehr viel geredet, ohne die Spieler kennenzulernen, deshalb kommen wir jetzt zur Spielervorstellung. Ich bin Gerrit Frohn, 19 Jahre alt und es ist schwierig. So, fangen wir an. Torhüter. Erstens, wenn man Torhüter wird, hat man schon mal einen Schaden. Niemand, wenn du Fußball spielen gehst, niemand ist freiwillig, wenn du mit Freunden mal aus Spaß, so lassen wir ans Tor, dann fliegt man zweimal. Man hat so seine linke Seite, wo man gut hinspringen kann und hofft man, dass man da hingeschossen wird, dann springt man hin. Niemand ist aber freiwillig im Verein Torwart. Digga, also da musst du einen Schaden haben. So. Also, Torhüter müssen Schaden haben, der jetzt der Richtige ist. Dann, ich finde für mich, es ist richtig schwer einzuschätzen, wer ein guter Torwart ist und wer nicht. Vor allem, weil auch die Torhüter so oft alleine trainieren, beziehungsweise wenn die Mannschaft sich warm macht, dann sind die mit dem, ähm, weißt du, mit dem Torwarttrainer machen sich selber warm und so. Und dann sieht man sich nur im Spiel und ich finde auch voll schwer zu sehen, der ist besser als der, der ist besser als der. Ich sehe, wer am Ball ein bisschen, wer sich traut Pässe zu spielen, wer nicht Pässe spielt, halten, mal hält der ein, mal hält der ein, deswegen finde ich es voll schwer zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob man hier irgendwas erkennt, aber 0,0 ist mein Gebiet leider. Ich spiele seit dieser, also seit dieser Saison beim SCFL. Hi everyone, I'm Tony Vareja, I'm 23 years old and I came from Spain. I've actually signed a pro contract with Getafe. I play with, for a second team, but I'm actually training with a first team. Ich bin Adnan LaRoschi, ich bin... Ich weiß wie ein Torwart, die Leute haben oft Tattoos. Ich bin 23 Jahre alt und ich spiele bei Fortuna Düsseldorf in der U23 Regionalliga West. Ich glaube ich nicht. Ich glaube ich dich nicht Adnan. Ja, ich bin Felix Esser und ich spiele bei der U21 vom 1. FC Kaiserslautern. Ja, das ist der Torwart. Ja, das ist der Torwart. Pass. Hallo zusammen, mein Name ist Talar Bayram, ich bin 22 Jahre alt, ich spiele aktuell in der Regionalliga Südwest bei Mainz 05 in der U23. Hallo, mein Name ist Kevin Harnset, ich bin 20 Jahre alt und spiele bei Preußen Münster. Hi, mein Name ist Alexander Haitsch, ich bin 18 Jahre alt und ein Profi-Player für FC Kün. Wer ist der Amerikaner? Hi, mein Name ist Alexander Haitsch, ich bin 18 Jahre alt und ein Profi-Player für FC Kün. Der ist Ami, der ist aus dem College und hat jetzt den Traum hier Profi zu werden. Favoriten? Rein optisch. Das heißt noch nichts, aber wir sagen trotzdem mal, erst optisch wäre mir, oder wäre uns am besten gefällt. Wen ich so habe, meine zwei Kandidaten wären einmal... Probierter meistens Deutsch, Seiten nicht geschnitten, auch Tattoos, ja, so ein paar Indikatoren gibt es da. Der Gerrit, hier von SC Fair, wo ich sage, boah, das ist so ein Torwart, wie ich mir den vorstelle, von der Ausstrahlung her. Und auch Adnan, die beiden, Adnan gefällt mir auch sehr gut optisch, wo ich sage, der Mann sieht auf jeden Fall nach Keeper aus, Fortuna Düsseldorf auch authentisch, Torwart-Statur, Ausstrahlung, ich glaube, dass ich so bewerte, ich war als Feldspieler und für mich war es immer cool, so eine sichere Person hinter mir zu haben. Und das wären so die beiden, die ich jetzt vom ersten Eindruck gerne hinter mir hätte. Ja, ich würde auf jeden Fall auch bei Adnan sein, auf jeden Fall als meine erste Wahl. Also das Nike Pro ist eigentlich schon vor Torwartet, aber das hat der auch dahinter. Optisch. Und dann wäre ich tatsächlich, glaube ich, bei Gerrit, das wäre so mein zweiter Kandidat. Dann kommt es natürlich darauf an, mit welchem Cheftrainer ich spielen müsste. Dann finde ich den Kandidaten aus Getafe sehr, sehr spannend. Wenn ich Trainer einer fußballerischen Mannschaft wäre, die viel hinten raus zockt, traue ich dem Kollegen von Getafe fußballerisch sehr viel zu. Spanischer Fußball, ne? Da wird viel gezockt. Ja. Ja. Ach, nicht so sehr auf Größe bei Torwartetern vielleicht so. Das ist anders als bei uns in Deutschland vielleicht. Das ist authentisch. Ja, ja. Glaube ich schon. Ich muss sagen, von der Optik her sehr, sehr schwer. Es gibt Kreisliga-Torhüter, die sehen aus, als ob die Champions League spielen würden. Ja. Schmuck des Tages jetzt schon, hast du dir gesichert. Ja. Ihr kennt sie alle. Ich muss sagen, Alex sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, muss ich sagen. Aber auch Gerrit hat eine gute Statur. Amis sind immer schlecht. Der Ami, der denkt bestimmt, dass er auf dem College gut war, weil er kaum Konkurrenz ist. Aber verglichen, was die da lernen und was die Deutschen lernen, ich glaube, ein 15-Jähriger ist auf seinem Stand, so rein Fachwissen. Ich hoffe, die machen so Übungen, so einen gezielten Flugball zu spielen oder so zur Mittellinie. So als Abstoß. Und nicht nur, dass die draufgekloppt bekommen. Atman gefällt mir aber auch gut. Also ich bin so bei den drei, das sind so auf den ersten Blick meine drei Favoriten. Ja, meiner Meinung nach, Optik ist immer halt schwierig. Das sage ich immer wieder. Man muss halt wissen oder von Anfang an klar sein als Trainer, was brauche ich für einen Torwart, wie du schon gerade auch gesagt hast. Aber eine Sache steht heutzutage schon fest. Wir haben mittlerweile keine Torhüter mehr. Wir haben Torspieler. Egal, wie gut du im Tor bist, wenn du nicht in der Lage bist, der erste Aufbauspieler zu sein. Du kannst der Beste auf der Linie sein. Du wirst keine Rolle in den höheren Liegen spielen. Ja. Und auf der anderen Seite, von Optik her, gehe ich bei Ado ganz klar mit. Ja. Ado sieht schon so stabil aus. Ja. Der macht schon einen guten Eindruck. Wenn er rauskommt als Torwart, würde ich da ein bisschen zucken weg bleiben. Und den Talhater, da gehe ich auch mit. Der sieht auch wie eine Maschine aus. Klar, man weiß nie, was die Jungs so drauf haben. Aber Optik bei einem Torwart ist ja auch nicht unwichtig. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was die Jungs drauf haben. Aber ihr habt es ja schon angesprochen. Schön ist das, dass wir es nicht anhand der Optik erkennen müssen, sondern anhand der Leistung. Und da kommt gleich auch Sebastian, der an meiner Seite ist, gleich ins Spiel, dass wir gleich wunderbar mit der ersten Übung anfangen können. Okay, ready? Ja, fertig drauf. Voll Bock drauf. Erste Aktion, direkt Action. Dann würde ich sagen, Feuer frei, oder? Let's go. Auf geht's. Es sind fünf, sechs Aktionen hintereinander weg. Ist, glaube ich, auch sehr schön, direkt mehrere Aktionen zu sehen, damit wir auch nicht nur anhand einer Aktion erkennen, wer es sein könnte, sondern du hast hier wirklich fünf, sechs Aktionen hintereinander weg. Viel Spaß mit Challenge Nummer eins. Gerrit. Auf geht's, Gerrit. So war es doch gut. Ja. Nieder nicht. Nee, nee, nee. Erster Kontakt reicht mir nicht. Er legt sich denn auf den Linken und spielt dann trotzdem nach rechts weiter. Auch nicht. Auch nicht. Krass. Aber der war okay. Der war okay. Aber der Wolli hat mich nicht gefallen. Der Ablauf ist okay. Ablauf ist super. Ablauf ist brutal. Heftig. Stark jetzt. Riecht gestillt der. Ja, ja, war nicht einfach. Also ich feier gerade den Abwurf. Wir spielen zum Beispiel ein Konterspiel. Wir spielen Umschaltverhalten. Wenn du so einen Torwart hast, der so einen Ball reinbringen kann. Geil. Ich fand den als Aufsetzer gar nicht verkehrt. Wolli hat mich ein bisschen gestört. Im Raum war okay. Spielerisch fand ich das ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin ja auch Fußballer. Aber ich dachte, so der erste Kontaktball an Mitnahme war ein bisschen hektisch. Also wirklich. Fußballerisch. Was ich auch schon gesehen habe. So bei anderen. Hertha oder so. Das sieht halt halt, wenn du die anspielst, Digga, da hast du. Also da hat Eli, wirklich. Eli hat eine viel bessere Technik als die Toyota. Wer hat sich das nicht vorstellen können. Aber ja, es ist so. Müssen die halt auch nicht. Aber die haben da schon so einen Trampolin am Fuß. Der Abruf. Ich liebe sowas. Wenn er wirklich so den Ball hat, das Spiel schnell machen kann. Schon moderner Keeper. Auch die Statur. Aber der erste Kontakt ist Gold wert. Beim Torhüter wie auch beim Spieler. Absolut. Dass dir das mir aufgefallen ist. Ich liebe so einen modernen Fußballer. Er hat sich noch ein linken Gewitter. Er hat halt keinen Linken. Toni, auf geht's. Klasse angefordert. Boah, geiler erster Kontakt. Boah. Ist okay, ist okay. Knapp vorbei. Sauber. Aber Kunstraten kann ein Thema sein. Ja, sauber. Überhaupt nicht. Der ist geil, der Mann. Guck dir erstmal an. Knapp vorbei. Knapp vorbei. Ja. Oh ja. Oh mein Gott. Stabil. Buena, buena. Ach, grüß dich. Spanier. Ja, stark. Ey, mein Mann. Top. Mein Mann. Ehrlich, jetzt. Ich gebe erstmal einen Haken, würde ich sagen. Stark. Wir gucken uns später nochmal an. Also die Tappe kann schon mal stimmen. Toni war 23. Hallo. Gute Annahme. Gute Annahme jetzt. Auch guter Ball. Sehr sauber. Sehr sauber. Sehr sauber. Geiler Feuerball. Noch einen Safe, Mann. Hat er. Boah. Der wäre da gewesen. Der wäre da gewesen. Ja, ja. Der wäre da gewesen. Noch einen Schuss. Noch einen Schuss. Einen Schuss brauchen wir noch. Einen Schuss brauchen wir noch. Ja, guck mal. Jetzt mit Tempo. Zack. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Oha. Ja. Nach, 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 nach. Ja. Ja. Das gehört dazu. Gott, das ist so ein scheiß Job, Digga. Ich sag euch ehrlich, das ist auch wichtig. Wenn du ihn nicht festhält hinterher, das lernt man auch. Ja, ja, ja. Direkt wieder hoch. Direkt wieder hoch. Obwohl die mittlerweile viel dann ins Blocken gehen. Und da warten. Die gehen nicht mehr in Ballangriff. Voll rein. Die gehen in Blocken und machen zu. Man muss so situativ entscheiden. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, klasse Durchgang. Felix Vollgas. Ich bin sehr gespannt, was er kann. Jawohl. Guter Ball. Kommt er. Guter Ball. Gute Technik. Ja, okay. Hätten eine saubere Technik. Der Flache war gut. Der oben war nicht so. Gut. Auch nicht. Zu werden gezögert. Ablauf. Ja, der war wieder gut dabei. Schönes Ding. 10 von 10. Schönes Ding. Boah, schade. Schade. Gut hingegangen. Sehr schwieriger Ball. Naja, war nicht einfach. Hätte man haben können mit so ein bisschen mehr Reichweite vielleicht? Ja, schon. Oliver Kahn hat mal gesagt, wenn du mit der Hand am Ball bist, musst du ihn halten. Ist das so? Das hat Oliver Kahn gesagt. Wenn du mit der Hand dran bist, muss man ihn rausdrücken. Normalerweise. Ich kann ja gut das Fußballerisch werden. Ich fand ihn als Fußballer aber schon sauber. Erster Ball. An- und Mitnahme sauber. Sidevolley. Sehr clean. Fand ich schon. So Fußballerisch. Sehr sauber. Ab. Ja. Komm, let's go. Auf geht's. Wir sind leider, wir haben genug Kacke gelabert. Oh, der hat doch. Ja, aber gut. Erster. Mitnahme sauber. Zweiter. Ist das okay? Das Treffen ist für mich gar nicht so wichtig. Auch sauber, oder? Ja, das ist sauber. Ist okay, kann man nicht sagen. Und jetzt komm auf den Höchsten. Komm, Junge, komm. Schwerer Ball. Jawohl. Ja, ja, ja. Wirklich schwieriger Ball. Geile Aktion. Also ich muss sagen, letzte Aktion macht er sehr stark, dass er zweimal hinterher geht. Was mir aber nicht gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Flanke. Er hat keine gute Spannung gehabt. Im Raum. Plus der Sidevolley. Er trifft ihn viel zu. Zu gequält. Den will er unbedingt. Es fehlt diese Leichtigkeit einfach. Aber denkt dran, das ist die erste Runde und wir müssen auch mal gucken, was hält der Junge. Ich fand ihn gut. Der Sidevolley ist auch sehr risky. Er hält ihn gut auf der Linie. Auf jeden Fall. Aber im Raum, dieser Bewegungsablauf, der hat mir nicht gepasst. Dafür seid ihr auch die Experten. Ich kann euch sagen, das ist ja schön. Das, was wir vielleicht nicht sehen, das müsst ihr sehen. Das sind so Sachen, die ich gar nicht gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage sowieso, der Spanier war U19-Spieler dort und ist jetzt auch bei Getafe, aber hat jetzt gerade keinen Verein und ist deswegen nicht der Profi. Für mich ist es wichtig, dass der Torwart den Ball hält. Das ist ja auch am Ende das Wichtigste. Ja oder? Aber ich sage, wenn ich an Mainz 05 denke, denke ich wirklich an eine richtig gute Ausbildung. Wie gesagt, die erstellen so viele Nationaltorhüter und da ist die Technik, die steht da an oberster Stelle. Das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Auf geht's Kevin! Jetzt kommt ja den! Ja, geil! Ja, sauber! Ja, geht so, der Wolle nicht gut gespielt, aber holt er gut. Ja, auch okay. Auch genau. Ein bisschen lockerer sein. Aber er ist schnell auf dem Fuß. Und jetzt? Ja, geil! Sehr guter Abbruch! Sehr guter Abbruch! Gefällt mir der Mann. Er sieht super aus. Oh, schau! Ja! Wichtig, dass er lange oben bleibt, weißt du? Du darfst hier nicht zu früh entscheiden, dann wird er abgefälscht. Geht er über dich drüber, war's auch prima. Wenn ich das jetzt bewerten würde, waren wir schon fast mit am saubersten mit Toni zusammen, oder? Auf jeden Fall. Ja, US-Boy, ne? Ja, US-Boy. Klasse. Klasse Kontakt. Ja, du denkst hier recht. Ja, schön. Du bist Arzt, ja. Du bist mit am saubersten mit Toni und Schlange, oder? Ja, Klasse. Voll krass. Ja, US-Boy. Klasse Kontakt. Auch gut. Du denkst hier recht. Ja, ja, doch. Gute Timmel. Er wird wie ein Basketballer zurück, ne? Ja, ja, aber sauber, sauber bis jetzt. Das ist diese Torwarttechnik. Spezielle Art. Ja, auch gut, Tim. Auch gut. Er hatte auch eine Reichweite. Ja. Oh, guter Abbruch! Geil! Ja, ist doch geil. Zeig mir mal, was du drauf hast! Boah, eklig zu halten! Ja, unangenehm. Der Sprung davor, der hier. Boah, eklig zu weit. Ja, unangenehm. Unangenehmer Ball, hält der. Danke dir, Alex. Kriegt ein Foto von mir. Danke, Alex. Ja, Entscheidung. Zwei müssen wir rauswählen. Zwei direkt. Zwei direkt rauswählen. Zwei ist brutal. Das ist so schwierig. Ich hätte einen einzigen, den ich vielleicht jetzt erstmal, was heißt, einen, den ich rauswählen würde, den zweiten nicht. Aber, da ich immer eigentlich als erstes meine Meinung abgebe, werfe ich den Ball mal rüber zu Boah. Wir gehen mal von links nach rechts. Ja, also danke erstmal. Das ist mir eine gute schwierige Aufgabe. Zutraus. Ja, klasse. Vorab muss ich allen erstmal einen Pops geben. Hammer Torhüter. Ja, die haben alle super performt und deswegen ist die Entscheidung wirklich sehr, sehr schwer. Ehrlich kranke Torhüter, Alter. Wir haben bis jetzt schon den Ball gefangen und zurückgeworfen. Crazy. Hammer, Alter. Kaiserslautern U21. Ich persönlich als Trainer wäre jetzt nicht ganz sicher bei Ihnen, wie er die Bälle festgemacht hat, wie er auch bei Annahme, Mitnahme, insgesamt. Das ganze Bild passt meiner Meinung nach nicht in die Mannschaft Kaiserslautern. Die haben halt eine Top-Ausbildung, der ist bei der U21. Müsste jetzt schon bereit sein für die Profis. Ja, den muss man, den kann man eigentlich normalerweise sofort reinwerfen. Das ist die Geschichte, die ist mir nicht ganz schlüssig. Auf der anderen Seite musste ich leider auch, die Geschichte von Thalla ist mir so ein bisschen unschlüssig, weil Mainz 05 U23, auch da sind wir auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Nochmal, er hat das richtig gut gemacht. Aber bei der einen oder anderen Situation war es einfach nicht flüssig, weil es einfach nicht glaubwürdig. Gerade bei Seitschuss, ich glaube die trainieren 10.000 Schüsse pro Training und jeder Schuss sitzt halt bei einem U23-Torwart. Deswegen werden das meine beiden Kandidaten. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir hier einmal einen US-Boy haben, den Alex. Und bei ihm hat man direkt gesehen... Das hat ja immer für ein Poker-Face keine Emotionen. Das ist aus wie so ein Roboter aus der Nike-Ferbung. Andere Ausbildung als wir in Deutschland. Das heißt, die haben einen ganz anderen Stil. Wolle zu fangen, abzuschlagen und was auch immer. Genauso gut hat mir auch der Toni von Getafe gefallen. Bei ihm hatten wir einen sehr, sehr schönen Ablauf. Der hat einen richtig geilen Side-Bolli gespielt. Mir hat gefühlt alles gepasst. Also ich muss sagen, der Toni ist mein Geheim-Favorit. Ich bin auf jeden Fall auch derselben Meinung, dass bei dem Thaler und dem Felix leider ein bisschen zu wenig kam. Wenn wir uns jetzt vorstellen, U23, Mainz 05, der muss theoretisch schon ready sein, morgen in der Bundesliga spielen zu können. Und das habe ich leider bei ihm nicht wirklich gesehen. Deswegen locke ich auch Thaler und den Felix ein. Die beiden schaffen es für mich leider nicht weiter. Ja, für mich ist es tatsächlich auch nicht ganz so einfach. Es ist wirklich eine hohe Leistungsdichte hier heute. Muss ich zugeben. Und das mit der technischen Komponente aus der USA kann ich definitiv so bestätigen. Ist ein ganz anderer Torwart-Stil auf jeden Fall. Aber war sehr sauber. War sauber. Ich glaube, das ist schwer einzuschätzen als Felixspieler. Ich verstehe auch nicht, warum die so hypen, wenn der Torwart aufdrehen kann. Darum geht es. Es hat funktioniert. Dafür machen wir das. Am Ende müssen wir Bälle halten. Es muss funktionieren. Ich habe tatsächlich die Geschichte bei Mainz 05 nicht so gar. Also die ist für mich nicht ganz schlüssig, muss ich zugeben. Ich kenne die Torwart-Ausbildung bei Mainz 05 schon sehr lange. Haben mit Finn Damen, mit Hut, mit Zentner schon... Gille. Für einen Gille. Echt gut. Für einen Gilbert Damen. Wir haben ihn mal Gille genannt. Oder Gilbert. Die Katze von Caillou. Jungs rausgebracht. Wäre jetzt mein Kandidat, muss ich zugeben. Gerrit war eigentlich mit einer meiner Favoriten vom ersten Eindruck. Gille. War mir dann doch zu zappelig, zu unruhig für einen Profi-Torhüter, muss ich ehrlich sagen. Auch gerade bei den Volleys und flache Bälle. Wo ich sage, als Profi-Torhüter nehme ich die mit einem Puls von 40 und packe die ganz entspannt. Deswegen wären meine Kandidaten definitiv Tala und Gerrit. Wen ich jetzt auch rauswählen würde... Ja, das ist schwer. Ich fand alle geil. Ohne Scheiß jetzt. Ich tu mich da gerade so schwer mit, weil alle... Häufig ist das so in Folgen, wo schon große Leistungsunterschiede zu sehen sind. Jetzt ist die Leistungsdichte, wurde ja auch gerade schon angesprochen, so eng beieinander. Wo ich sage, Alter, da tut sich nicht viel. Die sind alle schon auf einem sehr, sehr hohen, krassen Niveau. Ich hoffe, das kommt auch draußen bei den Leuten an. Ich würde aber tatsächlich auch mit Felix und Tal... Torte in leichter Position, um Profis zu werden. Weiß ich nicht. Also... Es gibt... Ich bin jetzt kein Experte da. Du hast zwar nicht so viel Konkurrenz und sowas. Verglichen als Feldspieler. Aber... Torte ist, glaube ich, auch der härteste Job von allen. Gefühlt. Weil, Digga, du weißt nicht, ich hätte keinen Bock auf ein Torwarttraining. Alleine mich die ganze Zeit da hinzuschmeißen. Nochmal hinschmeißen. Und wenn ein Tor ist, würde mich nicht mal jucken, Digga, bei Torwarttraining so. Aber du wirst angeschrieben. Du musst jedes Mal 100% geben. Bei jedem Ball. Digga, das würde mich so ficken. Alter. Und jedes Mal in Dreck. Und da habe ich hier so eine Salami, was ich sowieso gerade habe. Hier. Da rauf. Und dann muss ich immer wieder auf die linke Seite. Bapp. Und nochmal. Bapp. Boah. Hätte ich da keinen Bock drauf. Ich sage, Tor ist mit das ekelhafteste Profi zu werden. Das einzige, was wir immer sehen, was wir Feldspieler gesehen haben, war, dass wenn wir Läufe gemacht haben, das Torrichter nicht mitlaufen mussten. Das ist so das einzige. Und die müssen nicht so viel laufen und so. Aber dafür haben die so, wenn die Torwarttraining machen, ich glaube, das ist schon übertrieben hart. Es ist übertrieben hart dort mitzutrainieren. Und es ist so ähnlich wie so ein Stürmer oder so ein Außenspieler. Da kannst du ja easy mal reinwerfen. Aber ein Torwart kannst du nicht reinwerfen. Da müssen alle verletzt sein vorne und dann kannst du reinrutschen. Ähm, sonst nicht. Oder, äh, ja, es gibt kein oder. Du kannst eigentlich nur, wenn du richtig gut in deiner, äh, in der Jugend oder so spielst, oder in der zweiten Mannschaft, äh, Vertrauen aufbauen, sodass der Verein sagt, okay, das wird unsere nächste Nummer zwei. Und dann bist du vielleicht mal die Nummer eins, wenn die erste verletzt ist, überzeugst dann. Und dann wirst du erster Torwart. Ein Torwart ist übertrieben schwer, sag ich. Wenn ich dann zwei rauspicken müsste, dann am ehesten die beiden, obwohl die beiden auch krass wären, und wahrscheinlich in jeder anderen Torwart-Folge sogar das Ding vielleicht gewonnen hätten. Aber wenn ich dann zwei Leute auswählen müsste, von allen krassen, dann würde ich mit Felix und Thaler gehen. Dann bedanke ich mich aber erstmal bei Felix und Thaler an der Teilnahme. Riesen-Kompliment, Riesen-Props. Und ich hoffe, dass die keine Entscheidung, keine Fehlentscheidung getroffen haben. Ohne nicht. Zwwihe Ber Sud Freunde, was für ein unglaublich.. Wenn einmal in der Akademie drin ist als Stamm-Tor-Mann. Der Easy Profi Vertrag. Ich glaube, alle Teuter, die ich kenne, von Hertha, davon sind eins, Dennis Marge ist Profi geworden, Nils Körber, Luis Klatte, glaube ich, ist aber zu Rostock gegangen. Jetzt von den Jungen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Es sind drei. Tja, kommt Tjaak von Hertha? Ich weiß nicht genau. Gibt es ja nicht von Rostock oder so? Ernst? Ja, aber so sind vier von 50 oder so. Ja, Durchgang, der erste, auch eine geile Übung, so konnten wir richtig viel sehen, viele Aktionen hintereinander weg. Wie gesagt, fast die Five-Shot-Challenge bei den Fußballern. Jetzt wollen wir natürlich in Runde 2 noch mehr ins Detail gehen, noch mehr Feinheiten sehen und vielleicht daraus nochmal den Prokeeper herauserkennen. Also viel Spaß mit Runde Nummer 2. Kurz und knapp, wir fangen hier an. Ihr seht zwei Bälle und zwei Tore. Das heißt, ich werde mich hier positionieren, zwei Stürmer hinter mir, weil er geht nach links oder nach rechts raus, Torwart reagiert und setzt den Block. Danach zurück positionieren, zur rechten Seite oder zur linken Seite, je nachdem welches Kommando ich gebe, positionieren, halten, wieder in die Mitte, positionieren, stehen, ganz wichtig, weil wir wollen nicht von rechts wild laufen. Wir gucken, wir beobachten das Spiel und dann positionieren wir uns zur anderen Seite, wieder einen Shot. Das heißt, wir haben zwei Blocks und zwei Shots und das ist auch alles. Das ist jetzt der Gerrit, nochmal der Gerrit. Gucken wir uns den Gerrit mal an. Oh, der ist fang unten durchgerutscht. Das war jetzt kein Block. Falsche Entscheidung. Hä, dieser Gerrit ist noch schnell. Scheiß Ball. Man, die müssen kommen. Schade. Egal. Jetzt bin ich gespannt. Tonig gut. Ja, macht er gut. Guter Block. Boah, das ist ehrerlich. Ja, schwierig, ehrerlich. Ich gucke, wie schnell er macht, wie läuft er denn. Oh, du fällst ja raus. Der, der dich fallen lassen muss, ne? Ich hatte gar keinen Bock. Boah, der sieht quick aus. Rapido, rapido. Fuerte, fuerte. Der sieht quick aus. Hado, Hado. Ehrerlich, Hado. Guck mal, Fokus ist er auf jeden Fall. Der ist super dran. Dynamisch, dynamisch. Klasse. Guter Block, rückwärts. Geiler Typ, ey. Ja, geiler Typ. Boah, der hat davor angesagt, dass die hypen sollen. Ohne Ende, das kann ja nicht sein. Beinarbeit. Boah, ich mach die Beinarbeit. Boah. Die Beinarbeit. Jetzt, wie er so rüberschiebt. Ja, ist okay. Aber dieses rüberschieben hat mir gut gefallen. Ja. Jeder Ball, komm, jeder Ball. Geil, geil, geil. Nicht, dass er sich ärgert hat. Vor, vor. Ja, vor, Kevin. Dynamisch. Ja. Komm, bring ihn. Es. Boah. Da, boah. Klopfst du den Ball hin, mein Lieber? Merkst du mir. Boah. Ja, gefällt mir. Wisst ihr, was mir bei ihm gefällt? Geil. Geil. Geil, geil. Der blockt und dann geht der Tropfen noch weiter raus. Vor, vor. Ja, vor, Kevin. Er geht so richtig aktiv zum Ball. Er bleibt nicht stehen vor dem Ball. Komm, bring ihn. Boah. Da, boah. Klopfst du den Ball denn hin, mein Lieber? Boah. Ja. Okay, gut. Ja. Gerne. So. Boah. Okay. Gut. Der Junge ist auf Spannung. Ja. Gut, Alex. Du weißt nicht, wie oft er das zuletzt trainiert hat. Gut, Alex. Gut, Alex. Gut. Du weißt nicht, wie oft er das zuletzt trainiert hat. Gut. Gut, Alex. Gut, Alex. Well done. Mach den Slay. Da kann er ruhiger. Alex, lass mich mal einmal schießen, mein Freund. Leider. Einfach Vertrauen. So, Freunde. Jetzt müssen wir wieder eine Entscheidung treffen. Wieder müssen wir uns zwei verlassen. Jetzt frage ich auch erst mal meine zwei Kandidaten. Boah, ich fand alle krass und die Leistungssicht wird immer enger. Also das ist schon heftig. Also einmal den Ado, auch wenn es mir jetzt sehr, sehr schwer fällt mit ihm, weil ich ihn sehr gerne weiter gesehen hätte. Und den Alex auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich fange mal mit Alex an. Ich glaube, gerade weil ich die Konkurrenzsituation beim 1. FC Köln eigentlich ganz gut einschätzen kann. So ein Holt man nicht aus USA. Ich kenne das Niveau der Keeper sehr gut. Ich glaube, dass das nicht ganz so stimmig ist. Und gerade wenn wir hier über Profi reden, glaube ich, ist das nicht ganz stimmig. Deswegen würde ich erst mal Alex wählen. Und bei Ado gehe ich definitiv auch mit. Also ist tatsächlich sehr, sehr stimmig. Muss man normalerweise nicht aufwecken. Steht gut da. War, glaube ich, auch einer unserer Favoriten. Gerade körperlich. Ich glaube aber, da haben wir uns tatsächlich von der Körperlichkeit ein bisschen irren lassen. So die Optik, wie gesagt, ist wichtig. Aber ist eben nicht alles. Also deswegen, das wären auch meine zwei Kandidaten. Kommen wir dann auch mal zum Alex. Da hat mir der Blog tatsächlich nicht so gut gefallen. Das war nicht mit voller Überzeugung. Ich glaube, wir bei uns in Deutschland bringen den Torhütern das ein bisschen anders bei. Er kommt zwar nicht aus Deutschland. Es kann sein, dass sie in Amerika da ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen. Aber ja. Am Ende waren die Bälle drin. Und dann war es nicht ganz so, wie es sein sollte. Deswegen bin ich bei Alex auf jeden Fall, dass ich hier auch einloggen würde. Und ebenfalls kann ich euch beiden zustimmen. Adnan zwar auch gute Ansätze. Aber für den Profibereich, glaube ich, fehlt da ein bisschen was. Ja, also das Ganze ist tatsächlich so abgelaufen wie freitags bei uns im Trainerzimmer. Ja, die Torhüter-Trainer, die Torwart-Trainer stellen das einen vor. Und am Ende sage ich dann, okay Jungs, ich gehe da nicht mit. Aber diesmal gehe ich tatsächlich mit der Expertise hier mit. Klar, also der Adnan, der Ado macht einen richtig guten Eindruck. Der hat bestimmt noch ein paar Durchgänge, die hier aber nicht drin sind. Aber den würde ich zum Hallenfußball einladen. Der würde alles auseinander nehmen. Aber ist für mich jetzt kein Torwart für Regionalliga, wenn ich mich nicht irre. Und müsste dann im Fortuna Düsseldorf mit Anschluss nach oben. Na klar, wenn einer sich verletzt, dann muss er da sein und muss zweite Liga spielen. Zweite Liga reif sein, das ist meiner Meinung nach nicht so weit. Auf der anderen Seite Alex, RFC Köln, auch da kenne ich mich ein bisschen in der U19er Bundesliga aus. Da sind andere Kaliber unterwegs. Nationaltorhüter mit Blasic. Deswegen gehe ich da mit den beiden Torwart-Trainern mit. Wir sind uns einig, Ado ist ein geiler Keeper. Danke dir, Ado. Und danke dir, Alex. Vielen, vielen Dank. Klasse, Liebungs. Okay, jetzt habe ich eigentlich schon die anderen rausgehauen, wo ich am Anfang meinte. Die Worte, diese Qualität, die Leistungsdichte, das ist unfassbar, was wir gleich noch weitersehen werden im Halbfinale. Der Sebi macht das auch klasse mit den Übungen und er stellt euch jetzt gleich die Challenge Nummer 3 vor. Viel Spaß mit dem Halbfinale, Freunde. Ich denke, es sind nur noch drei. Er hätte noch einer sein können. Ich hoffe aussehen. Von denen, ich sage, er ist es. Das ist ein Torwart. Der ist auch in Spanien ein Profi gewesen, aber ist gerade nicht. Und er ist es. 100 pro. Bei der nächsten Challenge im Halbfinale geht es einmal um Fangsicherheit und den Abdruck. Das heißt, wir testen mit der Ballmatt. Er ist immer der Einzige, der nach dem Training ein Bier will. Nach dem Spielmensch. Die Fangsicherheit. Ich trinke mal ein Bier. Und danach gehen wir nochmal in die Flugshow rein, damit wir auch mal sehen, wie die Jungs sich abdrücken. Und dann wissen wir hoffentlich mehr und gucken mal, wer im Finale steht. Also von daher, los geht's. Ich bin mal gespannt. Gerrit, Junge, Vollgas. Pfeffer ihn rein jetzt. Gerrit, der ist schon nach vorne die ganze Zeit. Also von daher. Hier, was auch bei ihm gut ist, er hat ein Loch in seiner Thermo. So oft spielt er. Los geht's. Ich bin mal gespannt. Gerrit, Junge, Vollgas. Pfeffer ihn rein jetzt. Oh, der hat weh. Oh, der hat weh. Der könnte auf Finger gekommen sein, ne? Ja, ja, ja. Der Rastrophe. Das war echt früher in meinem Schlafzimmer. Ein Ball gegen die Wand geworfen und dann... Hier, Junge. Geil! Geil, Gerrit! Überragend, Junge. Toni, ich bin gespannt, Junge. Boah, super Ende. Das ist halt stark. Buena, Buena, Buena! Gute Technik da. Buena. Jetzt kommt mein Favorit. Kevin, das ist mein Favorit. Boah. Ja, kann passieren, kann passieren. Den auch? Ja. Wirklich eine Streuung? Ja. 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 Boah, der ist gut. Wie fliegt der? Schwer. Ja! So. Wir müssen jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Aber was haltet ihr davon, dass wir uns erstmal Geschichten von den Jungs anhören? Ja, ja. Eure Fußballstory. Ich würd gerne mit Gerrit anfangen. Das interessiert mich am meisten. Ich würd trotzdem mit Gerrit rauswechseln. Am meisten mit Toni zusammen. Aber ich würd gerne mit Gerrit Pferl dritte Liga anfangen. Kannst du uns seine Fußballerlaufbahn einfach erzählen? Genau, ich hab angefangen beim V für Leute bis zur D-Jugend. Digga, ist denn das für ein Bochum-Fake? Ja. Da bin ich dann gewechselt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer sehr viel Tennis gespielt habe und Basketball. Ich hab Fußball noch nicht so ernst genommen. Ja, dann hatte ich einen Trainer, der ziemlich auf mich gesetzt hat. Bin dann nach Lohne gewechselt. Blau-Weiß-Lohne. Und hab dann da ein Jahr gespielt. Ne, zwei Jahre, genau. Also C-Jugend. Erstes und zweites Jahr. Und ja, dann bin ich zum JV Nordwest gegangen. War dann der richtige Schritt. Ich würd sagen, top Trainerteam. Habe ich wirklich viel dazugelernt. Auch gerade mit dem Ball. Genau. Und auch persönlich mega weiterentwickelt. Allein, ja, die Zugverbindung ist halt sehr schlecht. Und da musste ich mich halt immer organisieren. Und das hat mir extrem viel gebracht. Ja, und dann hab ich das letzte Jahr Jugend, also letztes Jahr, noch bei mir und davor gespielt. Und dann bin ich zum ersten Jahr her, also jetzt zum ersten Siebten zu Fair gewechselt. Geiler Typ. Ja. Feier? Wo hat der vorher gespielt? Bei Lohne und bei... Allein, dass er jetzt erst dahin gewechselt ist. Geil. JV Nordwest. Dann ist glaube ich bei Oldenburg da die Ecke, oder? Genau. Also die Jugend vom VfB. Genau, stimmt. Welche Liga spielen die? Bestimmt alles, bloß alles nicht gewechselt zu Dings. Regionalliga spielen die? Also jetzt JV, Regionalliga, ja. Ist das jetzt ein Paulaner gewesen oder nicht? Paulaner ist die Frage. Ihr? Ist es schwer? Puh, die Geschichte ist leider stimmig. Leider sehr, sehr stimmig. Ich bin ja in dem Segment eigentlich unterwegs. Ich stelle natürlich den Stammkeeper der U19 bei Fair. Puh, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich dich nicht auf dem Zettel habe. Aber das ist echt stimmig, was du hier sagst. Wir werden sehen. Ich glaube schon, dass er jetzt lügt. Ich kann nicht lügen. Er sieht voll nett aus. Ich glaube schon. Ich bin ja in Mallorca, um für ein Team zu spielen, bis ich 17 Jahre alt war. Und dann ging ich zu Getafe. In Madrid. Ich habe ein Jahr dort mit meinem Team gespielt. Und dieses Jahr ging ich zu Numancia. Er ist in Castilla-Leon. Ich habe dort etwa vier Jahre alt. Und jetzt komme ich zurück zu Getafe. So, okay. Stimmt auch unterprozentig alles, Numancia. Die Frage ist nur, ob er jetzt wieder bei Getafe ist. Stimmige Geschichte. Absolut. Also, unterwegs gewesen und wieder zurück zum Heimatverein zurückgekehrt. Mehr oder weniger. Verständlich. Gespielt, wenn er dann bei extra Madura Numancia gespielt hat. Richtig. Kann das stimmig sein, dass er jetzt zurück ist zu Getafe? Ich lege das Numancia. Zweiter, dritter? Von der dritten glaube ich nicht, dass er wieder in die erste kommt. Hast du das erlebt? Ja, ja, ja. Pauhüter, die verlieben werden? Das wird schwieriger. Dafür ist es dann kein Alter mit 23, wenn du dann zurückkommst. Ist sehr stimmig. Ja, ja. Also insgesamt der Werdegang, was er jetzt auch dargestellt hat, eigentlich genau wie bei Gerrit. In Verbindung mit der Leistung. Absolut, macht Sinn. Das macht die Sache schwieriger jetzt. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich sage erst nicht zurück bei Getafe. Ekelhaft. Wirklich. Gute Technik. Der Toni hat eine gute Technik einfach. Da wird schon einige... Also die Ausbildung hat er schon genossen, merkt man. Ich kann trotzdem einen bringen, weil er sieht zu doll aus wie ein Torwart, der andere. 100 Prozent. Also egal, ob es stimmt oder nicht, ich sage, er wurde bei Getafe ausgebildet. Das glaube ich immer. Ja, ja. Ob er da jetzt wieder ist, ist die andere Frage, aber ausgebildet glaube ich schon. Bist du U19. Der hat ein sehr gutes Niveau. Vierte Liga. Kann man noch Kevin anhören? Ja, unbedingt. Gerne. Ja, also meine Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Ich habe bis zur D-Jugend, also bis zur E-Jugend, bei meinem Kreislaufverein gespielt. Bin dann zur D-Jugend nach Preuß-Münsterge wechselt. Und seitdem die ganze Jugend durch. Das ist stimmig. Das kann natürlich auch sein. Das ist mein Boy. Das ist stimmig. Das ist so ein Preuß-Münster. Bei uns ist es auch nicht anders. Wir holen die Jungs in der G-Union. Aber beim Fördern die komplett. Das ist so stimmig. Hast du U19 Bundesliga gespielt? Ja, teile ich, weil ich meistens 23 musste, weil der Torwart sich auch verletzt hat. Ja. Habt ihr auch Reisspiele gemacht in der Oberliga? Ja, das ist mein Bre. In der Oberliga, also Mindset-Spieler. Das ist so ein Brech. Hat sich auch verletzt hat. Ja. Habt ihr auch Reisspiele gemacht in der Oberliga, also Mindset-Spieler. Ja. 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 Das macht alles. Also ein Ding zu seinem Hals. So ist es Sinn. Alle zwei Geschichten machen Sinn. Boah. Ja, es ist er. Er sieht zu vertorwartet aus. Er sieht zu vertorwartet aus. Ich bin so einer, der sich da gerne... Das ist stimmig! Ja klar, 100 Prozent. Und bei dem Kollegen, also gehe ich da bei Gerrit. Warte, warte, warte. Die Entscheidung kannst du noch nicht verwenden? Nein, keine Entscheidung. Nein, nein. Ist keine Entscheidung. Ist sehr, sehr stimmig, was er erzählt. Sehr, sehr stimmig. Ja. Aber auf der anderen Seite hier auch. Ja, Ausland. Da muss ich sagen, hm, bin ich jetzt nicht der Experte für. Aber bei beiden gehe ich da voll extrem mit. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Darum geht es am Ende des Tages. Hau Gerrit raus. Boah. Ja, ich habe alle drei Geschichten gehört. Ich finde alle drei... Gerrit spielt bei JTV Nordwest. Der andere spielt bei Numantia. Und er spielt wirklich bei Preußen Münster. Ist ja auch kein krasses NLZ jetzt. Die Geschichten meiner Meinung nach stimmen mich. Ich finde alle drei Jungs super. Und alle drei könnten es sein. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Okay. Boah. Was sagst du? Ich habe... Ich setze immer Geld diesmal. Ich glaube, ich war bis jetzt jedes Mal falsch. Diesmal setze ich Geld. Fragt. Der Gewinn. Ich setze Geld drauf, sage ich. Ich finde es echt hardcore schwer. Ich dachte, nach diesen Storys ist es ein bisschen einfacher. Aber es ist schwieriger geworden. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt Toni von seiner Technik her richtig, richtig gut. Er ist der Beste. Er hat einen richtig starken Abdruck. Klar, wir haben jetzt gesehen, er ist der kleinste von den drei übrig gebliebenen. Dadurch hat er aber einen richtig geilen Abdruck. Deswegen würde ich Toni auf jeden Fall schon mal weiter schicken. Ich muss sagen, von der Übung davor hat mir Gerrit tatsächlich immer noch einen Tacken besser gefallen mit einem guten Block und einer guten Fangsicherheit. Deswegen bin ich bei Toni und Gerrit fürs Finale. Ich kann das schon fast so übereinstimmen mitgehen. Nicht, weil ich einfach dasselbe sagen möchte. Sondern ich sage auch, Toni fand ich technisch von der ersten Übung, von dem, was ich bewerten kann, bis zur letzten Übung, wo ich sage, der ist gesaved für mich im Finale. Und wenn ich jetzt nochmal nur die letzte Challenge vergleiche, fand ich Gerrit so ein bisschen wuchtiger, sicherer, vom Abdruck her auch wuchtiger. Dass ich sage, auch die Fangsicherheit war da gerade das Thema. Ich sage, er hatte schon eine wuchtige Fangsicherheit. Der eine verschwinkt ihn leicht, aber alles andere war schon. Eine wuchtige Fangsicherheit. Wo ich sage, er wirkt für mich einfach souverän. Und anhand der Leistung gehe ich mit Toni und einmal mit Gerrit mit. Das ist meine Entscheidung. Ja, ich gehe dabei Toni definitiv mit. Auf jeden Fall. Der Junge hat eine riesen Technik meiner Meinung nach. Macht auch einen guten Eindruck. Ich würde ihn sofort aufstellen. Ich glaube, der ist auch ein geiler Zocker am Ball, am Fuß. Gecoacht. Gecoacht. Genau, der ist schon gut ausgebildet. Insgesamt. Ich will jetzt gar nicht auf die Storys eingehen, weil die Storys einfach für mich alle drei stimmig sind. Alle drei sind stimmig. Jetzt ist das für mich bei mir ein Zweikampf zwischen Gerrit und Kevin. So. Gerrit ist natürlich körpergrößentechnisch ein Stück weiter. Stabiler, ja. Stabiler. Macht auch einen richtig guten, stabilen Eindruck. Aber ich persönlich sehe den Kevin technischen Ticken besser. Kein Torwarttrainer, aber ich beobachte das Ganze auch als Gesamtpaket, als Trainer. Ich würde, wenn ich zwischen den beiden stehen würde, würde ich die natürlich abwechseln, weil beide stark sind. Aber den ersten Torwart würde ich Kevin machen, weil er mir den Eindruck auch vermittelt, da ist auch Luft nach oben. Auch vom Alter her. Also auch vom Alter her. Auf wen setzt du da als Trainer? Genau. Man muss auch bei uns, sagt man im NLZ, man muss eine Fantasie mitbringen für den Spieler. Und meine Fantasie, also jetzt fußballerisch betrachtet, ist bei Kevin ganz weit vorne. Deswegen würde ich ins Finale gehen mit Toni und Kevin. Ja, tatsächlich echt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich werde mich auch definitiv nicht bedürfen lassen von der Story, weil anhand der Storys ist es wirklich komplett stimmig, muss man ehrlich sagen, bei allen drei. Vom Torwart-Talent, klar, Toni, auf jeden Fall auf eins, muss man schon sagen. Der bringt echt alles mit, bis vielleicht jetzt für Deutschland die Größe. Wenn jetzt nochmal drei, vier Zentimeter mehr da wären, dann würde ich das richtig, richtig spannend finden, auch für Deutschland, für den Profibereich. Aber technisch unfassbar. Bei Gerrit bin ich mir noch relativ unsicher, weil schon viele Wackler mit drin sind. Du stehst gut da, du bist stabil. Aber technisch sind da schon noch ein paar Vakanzen, wo man dran arbeiten müsste. Deswegen würde ich tatsächlich auch mit Toni und Kevin mitgehen, weil ich glaube, Kevin bringt da technisch schon nochmal eine andere Komponente mit. Und ich sage, zwischen euch sind drei Jahre. Ja. Ich glaube, jetzt aus Torwart-Trainer-Sicht, mit meiner Torwart-Schule, habe ich den Kevin vielleicht... Zwischen wem sind drei Jahre? Zwischen Gerrit und Kevin? Achso, die sind beiden. Der Gerrit ist selbe 19. Achso, okay. Der Gerrit ist der Jüngste. Das ist kein großer Unterschied. Achso, okay. Das ist vom Alter zwischen Toni und... Ah, okay, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Toni und drei Jahre. Der Gerrit ist sogar der Jüngste gerade hier in der Runde. Achso. Ein Jahr Unterschied? Ich schaue gar nicht zu, Junge. Der Gerrit ist jünger als Kevin. Der ist eh diesen Kevin ja. Der ist gut, dass du das gemacht hast. Aber nimm dann mit Toni rein. Weißt du? Mit Toni haben die... Wenn wir sagen, hey, der Toni ist jetzt Maß der Dinge. Genau. Wenn wir das Ganze nehmen. Das meinst du? Ey! Ich verstehe keine Wörter. Stimm ich, ey. Ich sag definitiv, dass es mir technisch... dass mir das bei Kevin definitiv einen Ticken besser gefallen hat. Und ich mich deswegen für Toni und Kevin jetzt entscheiden würde. Und gegen meinen ersten Kandidaten Gerrit. Ja, was machen wir? Wir haben Stechen. Wir haben ein Stechen. Und Bora, der die Formate seit Tag 1 verfolgt und mit dabei ist, weiß, was das heißt. Wir gehen ins Stechen. Das heißt einmal Gerrit gegen Kevin in einer Challenge ums Finale. Geil. Ich würde sagen... Digga, wisst ihr, was geil wäre? Was sie jetzt spielen können? Panken. Oder bei euch Tor zu Tor. Rüber, rüber. Zwei Tore hinten. Das war früher das geilste, was es gab auf Beuys Platz. Auf Beuys Platz. Tor hinstellen. Bap, bap. Noch ein Tor. Bap, bap. Warum hat man das nie gemacht, Digga? Machen die? Kann ich euch mal irgendwas geiles ausdenken? Bibi. Bibi, wir sind gespannt. Ja, dann müssen die schießen. Die müssen halten. Alles. So, wir sind im Stechen, wie ihr mitbekommen habt. Das heißt, Kevin und Gerrit, eins gegen eins. Toni schlägt jetzt nur noch die Flanken. Das, was wir machen, ist jetzt etwas spielnäher. Wir wollen gucken, wie sind die Abläufe. Das heißt, Toni wird eine Flanke reinschlagen. Gerrit wird den Abfang, wird mich anrollen. Ich lass den Ball klatschen. Er muss mit einem sauberen ersten Kontakt den Ball mitnehmen und Englisch, wenn möglich, auf Kevin nicht mal spielen. Also von daher, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Stechen. War von mir her schon wichtig? Ja. Ansage gefällt mir. Geile Übungen. Geile Wörter. Hochausputten. Das heißt, glaube ich, bei euch hoch hinaus oder so. Ein Dings. Wie heißt das nochmal in Hamburg? Boah. Ein auf hoch. Ein auf hoch. Ein auf hoch. Irgendwie so. Hoch eins. Hochausputten bei uns. Hoch eins. Hoch eins. Ne, in Hamburg heißt das ein auf hoch, oder? Ich glaube, Irgendwie sagt das. Ja doch, guck mal. Hochausputten, was ist das denn? Keine Ahnung. Dann gibt es 16er, ganz normal. Arsch abschrummen. Arsch abschrummen. Das heißt, bei euch Arsch bolzen oder Arsch abschießen. Was hab ich gerade eben gesagt? Panken. Und ja. Arschblau. Arschfetze. Bastian, der macht geile Übungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Spielöffnung. Positionieren, positionieren. Ja, komm. Schade. Ja. Oh, schwer. Sehr schwierig. Die Ball-An- und Mitnahme ist das Einzige, was mich irritiert. Das wirkt so behebig, so langsam. Jeder Stürmer wird dazwischen sprinten und den Ball ergattern können. Nein. Ein-auf-Hoch. In der Erfahrung, du kriegst halt wirklich ein-auf-Hoch-Folge. Da musst du das nicht so können. Wie gesagt, wir haben über Ederson gesprochen. Der stoppt den Ball tot. Und es funktioniert am Ende trotzdem mit der Sohle. Das macht man eigentlich auch nicht, aber es funktioniert. Aber insgesamt ist das auch nur ein rundes Bild. Das sieht schon sehr gut aus. Da kann man echt wenig gegen sagen. Nee. Ein-auf-Hoch. Ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen. Das ist ein richtiger Torwart. Jetzt mal einmal eine Runde. Als wärst du hier beim Probetraining. Als geht es hier wirklich um was. Mein Gott. Bei Bayern München. Ich bin gespannt. Ja, ich bin jetzt hier bei dem Team. Bei Bayern München. Ich bin gespannt. Ah, klasse. 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 Aber schlecht abgerollt. Ah, geiler erster Kontakt. Boote da war ich. Ja, der letzte Hälfte durch, Gerritter. Ja, der war gut. Boah. Boah. Ja. Alter. Geil. Wir können den dann bekommen. Das ist toll. So, Freunde. Jetzt haben wir wieder einiges gesehen. Und trotzdem ist die Entscheidung, glaube ich, nicht einfacher geworden. Ich bleibe einfach bei Gerrit. Ich sage, wie es ist. Ich finde ihn auch nach den Übungen. Gerrit. Ja, er ist es. Ich sage, wie es ist. Ich würde dir alles, was du mitbringst. Es ist nicht nur die Statur. Ich lasse mich jetzt nicht nur vom Optischen blenden. Sondern für die Wucht, die er mitbringt. Die Dynamik. Auch noch ein Jahr jünger. Und ich sage dir, das ist einer, wenn er mich jetzt anlügt, dann ist das erstmal ein verdammt guter Lügner. Und wenn er nicht in der dritten Liga spielt, sage ich, dass er in ein, zwei Jahren auf jeden Fall jetzt schon eigentlich auch so weit wäre, wo ich sage, ich kann mir ihn in der dritten Liga vorstellen. Weil ich ja auch schon ein bisschen was gesehen habe. Drittliga-Fußball. Ich habe mir auch schon ordentlich die letzten Jahre rumgekommen. Ich habe vieles gesehen in meinem Leben. So sieht für mich ein Drittliga-Profi-Keeper aus und ich bleibe bei Gerrit. Punkt. Puh, es ist tatsächlich nicht einfacher geworden. Ich hatte auch gehofft, dass die Übungsformen ein bisschen mehr Ausschluss geben über die Qualität. Aber es war echt schwierig. Technisch glaube ich schon, dass Kevin der Bessere ist. Aber Drittliga-Fußball, puh, das ist echt schwierig. Die Entscheidung ist brutal. Klar, körperlich würde ich jetzt sagen, so besteht Gerrit schon wie so ein Drittliga-Keeper da. Er ist vielleicht da körperlich schon ein Ticken weiter. Aber ich gehe trotzdem mit Kevin. Ich habe da irgendwo ein stimmigeres Gefühl. Die Technik, die ist da. Ich habe da irgendwie mehr, mehr Visionen irgendwie bei dir. Also deswegen, ich bleibe auch bei meiner Entscheidung und würde mit Kevin gehen. Klar wurde jetzt gerade, dass ihr beide irgendwie, der eine hat da mehr seine Stärken, der andere hat da mehr seine Stärken. Ich fand die Abläufe bei Kevin, gerade bei den Flanken echt sehr gut. Er hat ein super Timing, ist gut in den Ball reingegangen. Was ich bei Gerrit jetzt nicht ganz so gut fand dabei. Dafür fand ich aber die Flugbälle von Gerrit, die waren auf jeden Fall deutlich stabiler. Auf der Linie haben es beide gut gemacht. Da würde ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, der eine war besser, der andere war schlechter. Ich bleibe einfach bei Gerrit, um meine Meinung nicht zu ändern. Weil ich bin ganz ehrlich, die letzte Übung hat jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied zwischen den beiden aufweisen können, dass ich sage, ey, der oder der ist es jetzt. Deswegen bleibe ich bei meinem ersten Bauchgefühl und sage, Gerrit ist mein Mann. Ich lasse mich aber immer zu viel vom Äußeren blenden, muss ich sagen. ...sprechen. Ich würde auch bei meiner Entscheidung bei Kevin tatsächlich bleiben. Das haben wir ja super gemacht. Ja, herrlich. Es war auch noch nie so schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen jetzt tatsächlich trotzdem eine Entscheidung treffen. Jetzt haben wir wieder... Ich bin halt gewohnt, wie so Torhüter bei mir damals aussahen. Und dann, ja, das ist ein Torwart. Ja, wieder so eine Entscheidung, wo wir sagen, stechen. Du hast darüber gesprochen, am Ende entscheidet der Cheftrainer. Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle entscheidet unser Torwarttrainer. Sebastian, kannst du mal kurz zu uns kommen? Also erstmal ist das eine undankbare Entscheidung. Bitte schön. Ich muss sagen, beide, also ich kann jedem Argument hier folgen. Also beide wirklich auf einem Niveau, aber unterschiedliche Stärken. Ja. So, was wir jetzt gerade sehen wollten, war Strafraumbeherrschung und Spieleröffnung. War auch unterschiedlich. Der eine war in der Spieleröffnung besser, der andere in der Strafraumbeherrschung. Ja. Aufgrund dessen, weil das Timing bei den Flanken einfach sehr, sehr gut war. Der war stabil in der Luft, hat den Ball immer am höchsten Punkt getroffen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was du mit einer Ausbildung mitbekommst. Das Timing, das Timing, das Timing. Es sieht relativ einfach aus, aber es ist relativ sehr schwierig. Ja, das ist unfassbar schwierig. Super Radiodisziplin. Wir haben wenig Torhüter in den ersten drei Ligen, die da wirklich top sind in der Strafraumbeherrschung. Bälle halten können viele am Ende auf der Linie, weißt du? Genau, aber Strafraum ist schon schwierig. Also ich kann da auch echt, ehrlich gesagt, wenig gegen sagen. Es ist 50-50. Für mich ist die Strafraumbeherrschung ein Ticken schwieriger und deshalb würde ich für Kevin gehen. Also, du hast Kevin eingeloggt? Ich habe ihn eingeloggt. Das tut mir leid, Gerrit, aber es war wirklich auf einem Niveau, ne? Also das sind Nuancen, die für mich persönlich halt entscheidender sind. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt nicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Felix und ich hatten Gerrit eingeloggt, weil ich tatsächlich auch gerne im Finale noch weiter gesehen hätte und ich dir das glaube. Aber erstmal danke dir, Gerrit. Ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, wenn er nicht ein Drittliga-Keeper ist, wirst du einer. Da hast du mein Wort, weil du bringst alles mit und du bist für mich auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs. Absolut. Vielen Dank, Gerrit. Finde ich auch. Danke. Klassikerin. Danke dir. Klassikerin. Auf dem Ball versucht der Torwart, per Spieleröffnung ein Tor zu erzielen. Das heißt, per Abwurf oder per Slice aus der Hüfte, wie der Torwart möchte, wo er sich wohler fühlt. Jetzt war eh nichts passiert hier. So. Fängt er? Fängt er? Boah! Ey! 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 Mein Gott! So fangen wir an. Warte mal, das war das erste Ding im Finale und er haut so einen raus. Direkt mit Kämme ins Konter, Junge. Konzentrier dich. Ich bin gespannt. Das kann gar nicht besser werden als der Schuss. Oh! Toni geht runter, Junge. Der ist krass. Der geht runter, Junge. Er ist ehrlich, Toni ab Runde 1 hat er mich überzeugt. Wer hat von euch gesagt, Toni würde ihn fressen im Finale? Ja, ich glaube, beide waren es ja. Ich habe öfter Stress gehabt. Irgendwann sind gut dabei. Achso, meine Stimme ist ja ein bisschen zu leid. Oh! Guck mal jetzt! Boah! 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 Schöner Punkt. Guck mal jetzt! Boah! 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 Er macht zu Hause nichts anderes außer diese Bälle. Warte mal. Der visiert einen. Der visiert einen. Geist ist krank. Der will die, der will die. Der will die da genau hinhaben. Kevin, jetzt kommen wir mit. Wir legen die auf den Fuß, Kevin. Mach eins eins! Mach eins eins! Ja, ja, genau. Alter! Ja! Kevin, der ist mein Mann! Ah! Ey! Ja! Ja! Kevin, der ist mein Mann! Ah! Nein! Ey! Sag mal ganz ehrlich, der Junge hat so drauf. Beide sind geil! Ich liebe beide. Jetzt schon. Boah! Geil, ey! Ich steh ein bisschen rüber, ich steh ein bisschen rüber. Wie geil finden die das? Ich bin ja tor, wie ich nicht. Ja! Hey! Ich sag euch eins, wir haben die richtige Entscheidung im Finale. Guck mal, guck mal, wie ihr den Klo hat erstmal an. 60 Meter, ich wichsel in den Winkel. Boah! Ich spiel die nicht aus der Hand. Geiler Ball! Boah! 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 Gute Technik, ey! Boah! Halser Fuß. Halser Fuß. Halser Fuß. Ich hab's auch genau gesehen. Kevin versucht, wenn er auszuholt, stehen zu bleiben, ne? Körpermittel. Fertig sein! Der Spanier ist richtig gut. Boah! Vielleicht ein bisschen klein. Ist der erste Liga, ne? Punkt! Ja! Kannst auch nicht halten. Ihr wisst, wovon ihr redet. Das ist Punkt. Jetzt muss er fertig sein. Jetzt muss er schon stehen. Boah! Guck mal, guck mal! Er hat seine Chance! Klasse! 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 More power! Der beendet das jetzt! Der pflückt sich den! Ich weiß das! Man weiß, was passiert. Wahnsinn! Du kannst 200 Bälle bringen, die kommen... Ist das geil! Wie hyped die sind! So Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Entscheidung, das Finale zwischen Kevin und Toni. Ja, die Entscheidung muss jetzt gefällt werden. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, Bo hat als erstes mal was gesagt. Felix hat es auch noch mal als erstes gesagt. Benni, dass du mal vielleicht als erstes seine Finale-Entscheidung den Zuschauern mitteilst. Ja, das Finale war... Spanien kommt nicht einfach so dahin, sage ich. Wenn er bei Getafe spielt, dann kommt er nicht. Im September, sagen wir August, war die Folge. Im August kommt er nicht nach Berlin und nimmt eine Folge auf und sagt, yo, ich spiele bei Getafe. Der Mann hat gerade keinen Verein, ist deswegen da. Und war letztes Jahr noch bei Dings, Nummer 4. Und jetzt hat der Vertrag ausgelaufen. Mark my words. War sehr, sehr, sehr spannend. Und Preußen-Münster hat gerade Länderspielpause. Ich glaube. Ich glaube definitiv, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben mit den zwei Keepern, muss man schon ehrlich sagen. Es war so... Ich nehme mich schon gesagt, eh ist doch gar nicht da. ...ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide haben unfassbar viel Qualität mitgebracht. Unsere Entscheidung ist uns echt sehr, sehr schwierig oder schwer gefallen. Muss man ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass... Das sind immer vereinslose Leute. Also meine Entscheidung ist definitiv auf Kevin. Ich habe tatsächlich meine Entscheidung schon relativ früh festgehabt. Hier steht Münster. Hat der eine Stinks gewählt? Dementsprechend war ich schon relativ früh auf der Schiene gefahren, weil er einfach technisch sehr viel mitbringt. Aber klar, der Mann aus Getafe. Auch ein super, super Keeper, muss man ehrlich sagen. Alter 23, Kevin 20. Habe ich einfach mehr, mehr Ideen. Und nehme ich ihn definitiv auch ab, die Story. Weil darum geht es ja auch so ein bisschen. Wir suchen den Profi-Toriter. Und da nehme ich es definitiv dem Kevin eher ab. Dementsprechend bleibe ich bei Kevin. Und Kevin ist für mich der Sieger. Die Entscheidung fällt auf jeden Fall super schwer. Wie Benni schon gesagt hat, wir hatten hier einige sehr, sehr gute Torhüter. Auf jeden Fall. Ich hätte den Kevin tatsächlich, wie ihr wisst, gar nicht mit ins Finale genommen erst. Und hatte die ganze Zeit Toni als meine ganz klare Nummer 1, als meinen Favoriten hier. Aber am Ende kackt die Ente. Bekanntlich. So ist das halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin hat mich echt überzeugt am Ende. Deswegen bin ich im Finale echt nochmal umgestimmt worden. Und ja, Kevin hat für mich gewonnen. Das ist unser Profi-Toriter, den wir hier suchen. Sage ich jetzt mal so. Wir haben heute extrem viel Qualität gesehen. Aber ich entscheide mich auch für Kevin. Weil ich habe mich früh auch für Kevin entschieden gehabt. Weil ich einfach gemerkt habe, was er für eine Qualität insgesamt mit auf den Weg bringt. Deswegen wähle ich auch den Kevin. Er hatte diese Galligkeit, bis zum Äußersten zu gehen. Hat sich das Ding auch, finde ich, verdient geholt. Einfach diese Fitness, diese Dynamik noch. Und auch wie er die Bälle gepflückt hat, das sah auch kinderleicht aus. Woran er arbeiten muss, ist auf jeden Fall an seine Leggings. Ich will ihn nie wieder mit kaputten Löchern in der Hose sehen. Das war das, also... Das Zeug, das zickliche Wurf. Ich habe so einen Sponsor für Leggings. Ich glaube, Heusten Münster, ich glaube dir das auch, dass du da jetzt spielst. Die haben genug Geld, um eine vernünftige Leggings zu holen. Ich gehe mit Kevin. Genau jetzt darf bitte der Prisitor nach vorne treten. Wieso haben die jetzt nicht alle den Spanien genommen? Hä? Niemals. Nein, nein, nein. Doch, Digga. Ehrlich? Boah! Ja, wie easy. Was? Ja, aber es waren Nuancen. Es waren echt Nuancen, ganz ehrlich. Ich will so gerne ein bisschen mit Kevin spielen. Boah, krass. Das ist ein Brett. Jetzt, jetzt, jetzt. Aber ey, komm. Das war immer viel zu obvious. Ohne Sinn. Das ist wirklich gut gemacht. Also ich will sich selber schultern. Marco, danke für Prime. Ja, ich war ja wirklich der Beste. Ich war schon die ganze Zeit. Aber es ist immer zu obvious meistens. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Mich von euch beeinflussen lassen. Im Unterbewusstsein. Fuck. Wolltest du Tony wählen? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Das letzte Spiel hat mich ein bisschen umgestimmt. Ja, das letzte Spiel war ja. Er hat sogar die ganze Zeit meine Nummer 1. Ich glaube, ich habe das gerade auch gesagt. Okay, Gefahr für B ist aber Brett, ne? Brett. Hi, everyone. I'm Tony Varea. I'm a professional player from Spain. I play on Getafe. And I started playing football with five years. I was defensor. So I don't like that position. I like to be a goalkeeper. So I started training like a goalkeeper. When I was 17, I signed by Getafe. And now this year I come back to Getafe. I play for the second team, but I train for the third team. Boah. Ich habe mich blenden lassen. Ich würde jetzt gerne auch Gerrit dazu machen. Gerrit, erzähl. Thank you. Toni. Toni, thank you. Thank you very much. Ja, also ich habe eigentlich gar nicht gelogen. Die ganze Story ist eigentlich wahr. Nur, dass ich halt nicht zu schwer gewechselt bin, sondern ich glaube, es lohnt. Ich bin seit der ersten Sekunden noch am Vertrag stehen. Regionalliga dann? Ja. Herre Regionalliga zockst du? Dankeschön. Gerne jetzt. Also. Ja, ich bin der Adnan, bin 27 Jahre alt. Ich spiele derzeit in der Landesliga. Ich habe früher irgendwo gezockt. Ich habe meine Jugend beim MSV Duisburg absolviert, von der U12 bis zur U23. Ich habe bei den Profis mittrainiert. Die zweite Mannschaft wurde dann aufgelöst. Dann bin ich in die Oberliga gewechselt. Ich habe quasi ein ganzes Jahr, nee, zwei Jahre in der Oberliga gespielt. Berufsbedingt dann runter in die Landesliga gegangen. Und ja. Ich habe ja selber Landesliga gezockt, ne? Der ist schon gut. Ich sage ehrlich das. Du bist schon dann ein richtiges Brett in der Landesliga. Zu 100 Prozent. Aber danke dir, Ado. Felix, gerne. Ich spiele Landesliga bei Klittart Köln. Bin halt 19 Jahre, komme gerade aus der Jugend. Wo ist mein Probe? Ich war tatsächlich bei Kaiserslautern für das Probetraining. Das lief auch ziemlich gut. Hab mir dann aber in der letzten Übung den Arm komplett durchgebrochen. Boah. Und war ein Jahr raus. Und hab vorher eigentlich nie ein NLZ betreten oder so. Danke dir Felix. Das sieht man an, dass du in allen Ligen gute Keeper hast. Also ja, wie gesagt, mein Name ist Salah Bayram. Ich bin 25 Jahre alt. Hab im NLZ bis zu 17 bei Rotas Oberhausen gespielt. Und im Herrenbereich die Höchstliga in der Oberliga. Spieler aktuell auch in der Landesliga. Also wir haben gegen Jänner gespielt. Ja, das ist halt so ein fetter Unterschied. Alleine schon zwischen so 1. Bundesligamannschaften, Gladbach, Hertha, sowas. Zu 2. Liga, Braunschweig oder was weiß ich. Zu Salthausen. Zu San Pauli. Sind auch stabil. Aber trotzdem ist das schon ein fetter Unterschied. Karlsruhe. Ja, solche sind Quatsch, Digga. Also diese richtigen Topmannschaften sind zehnmal so gut wie die. Nichts gegen Braunschweig. Geil. Danke dir Talan, mein Lieber. Danke dir Talan. Aber auch Preußen-Münster. Von denen hatte ich nicht so viel. Im Vergleich schon zu den richtigen. Ich bin sehr gespannt jetzt, Leute. Ich bin nur auf Kevin gespannt. Ansonsten ist nichts gelogen. Außer, dass ich ein Profi bin. Also ich bin bei U23 von Preußen. Hä? Warum bei Dings? Wo denn sonst? Zürfer-Fahrtrag. Ah, okay. Aber ey. Sonst reicht das doch immer. Sonst war immer U19 von Baderborn und gewinnt. Letztes war Schalke. Zu den Profis, ne? Ein, zwei Mal letztes Jahr mittrainiert oder mehr auch nicht? Oh Mann. Das war schon eng. Er hat ja mittrainiert. Genau so haben wir es abgekauft. Zeig mal. Ich bin Alex, Alexander Heitsch. Ich habe kein Klub. Aber im Sommer war ich mit meinem 2. Division Team in Amerika. Und letztes Jahr hatte ich 3 Trial. Einer mit SC Verl unter 19. Einer mit Preußen Münster unter 19. Und mit Blau bei Zlone. Freunde, was für eine unglaubliche Torwart-Folge. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Genau die Vereine, die da waren. An dieser Stelle nochmal gerne Kanal abonnieren, als Kanäle abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr vielleicht auch die zweite Torhüter-Folge nicht verpasst. Geh zurück, genieß dein College Leben, sei auf der University of Yale und hab deinen Spaß eines Lebens, Junge. Mit Sicherheit abdrehen. Wenn ihr supportet, ordentlich auch den Like-Button. Seid da in die MLS einfach hoch. Passt. Gerne einen netten Kommentar daraus. Und freuen wir uns immer extrem drüber. Ich lese mir auch gefühlt fast jeden Kommentar von euch. Ich bin auf Crack. Der würde einfach lieber bei Sandhausen spielen oder so. Mal über konstruktive Kritik, ne? Wenn ihr was zu bemängeln habt, was wir anders machen können, immer gerne reinschreiben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falt ich Eingangs von ihm durch. Nein. Es kann ja sein, dass er da irgendwie Potenzial hat. Aber wir hatten zum Beispiel einen, der ist aus Kalifornien, aus Kalifornien, vom College, weil er da gut war, zu Dunajka Strader nach Slowakei gekommen. Von Kalifornien, nach Slowakei, nach Europa, in so eine richtig random Liga irgendwo. Alter, ich empfinde. Wir haben uns angucken. Wir denken so, nee, das machst du jetzt nicht. Da war doch Probetraining. Wir meinten so, mach das nicht. Komm nicht hier. Also, der ist jetzt irgendwo fünfte Liga oder so. Also, der war ein Jahr nur bei Slowakei. Hat nicht gespielt. Dann war er fünfte Liga in Deutschland. Also, Oberliga. Danach. Ähm. Da kannst du auch drüben bleiben und versuchen, MLS zu packen. Weil da ist die Konkurrenz nicht so hoch. Hier ist viel zu gute Konkurrenz. IEV war da. Ja. Ja. Und da. Bis zum nächsten Mal.